Wir haben 18 Skillpoints. Ich brauche eigentlich das Mana, aber ich möchte natürlich auch gleich nochmal dafür sorgen, dass die Gem-Combination-Costs nochmal 3% runtergehen. Also additiv, nicht multiplikativ 3%, aber es ist natürlich trotzdem nett, wenn wir das haben. Allerdings möchte ich lieber das Mana mitnehmen, gerade jetzt wenn wir einen Wizard-Tower haben, brauchen wir natürlich am besten Gems, die von Anfang an auf die Logs mit drauf schießen. Wir haben Chain-Hit und Suppress-Hit, das gefällt mir gut. Ich mag es immer, wenn wir Chain-Hit dabei haben. Ich würde die extra 7 Waves nehmen. In diesem Fall ist das nämlich doppelt von Vorteil, denn 7 Waves mehr bedeutet, wir haben auch 7 Waves länger Zeit, um den Wizard-Tower freizuschalten. Und das möchte ich gerne ausnutzen, zumal die XP-Multiplikator natürlich wunderbar sind. Und diesmal Level 2 bis 23 als Drop-Rarity-Range für die Fragmente. Also ein Level 1er-Fragment können wir schon mal nicht finden. Ich hätte allgemein gerne überhaupt nochmal ein Fragment. Wir haben doch recht viel Pech gehabt jetzt zwischendurch, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie hoch die Drop-Chance ist, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass man die sonst häufiger gefunden hat. Hier steht nochmal, wie man Jam-Bombs wirft. Das meiste wissen wir. Was allerdings neu für uns ist, ist, dass wir... Also zwei Sachen eigentlich. Einmal, wir könnten unsere eigenen Gebäude, also zum Beispiel auch Türme, mit Jam-Bombs vernichten. Wenn die also aus irgendeinem Grund im Weg stehen oder ähnliches, können wir die so vernichten. Auf manchen Maps ist das so, dass die von Anfang an ja da stehen, die Türme, und vielleicht möchten wir das nicht. Oder auch Wände, die wir nicht da haben wollen, das können wir entsprechend damit vernichten. Und das Rapid-Jam-Bombing mit Mana ist auch neu. Da können wir nämlich, wenn wir B drücken oder halt auf den Jam-Drop-Knopf drücken, dann Shift gedrückt halten. Dann können wir einfach ganz normal den ersten, den wir hier haben, als Prototyp benutzen. Und das heißt, es wird immer, wenn wir dann irgendwo hinklicken, dieser Jam quasi hergestellt und sofort als Jam-Bomb gedroppt. Das heißt, wir müssen nicht immer ein Jam herstellen und raufziehen, sondern sofort bam, 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 können wir direkt alles durchballern. Ganz praktisch in manchen Situationen, aber ich bin kein großer Freund von Jam-Bombing. Ich mache es nur in Notfall-Situationen, wenn zum Beispiel der Orb intakt bleiben soll und fast vernichtet würde, also sprich fast berührt würde. Denn es ist nun mal Mana, das wir verbrauchen, für das wir nichts auf Dauer bekommen. Wenn wir Mana in Gems normal investieren, dann haben wir damit dauerhaft Schaden und die Jam-Bombs machen nur einmal kurz Schaden. Na gut, und wir haben eben die... Wo haben wir sie? Hier oben die Jam-Wasps, die aber auch nicht ewig bleiben. Hier unten ist unser Orb, hier kommen die Gegner und hier kommen die Gegner. Laufen hier wie auch immer hoch, da können wir natürlich einen schönen Pfad draus bauen. Hier haben wir die drei Loks, 90 Schuss, 160 Schuss, 90 Schuss. Also, wir sehen schon, da brauchen wir einige Schuss für, deshalb ist es sehr praktisch, dass wir 27 statt 20 Waves haben. Drei Loks müssen zerstört werden, ansonsten haben wir verloren, sobald die letzte Wave kommt. Hier haben wir schon einen Grade 2 Jam aus unseren beiden Farben, die wir zur Verfügung stehen haben, kombiniert stehen. Ist ganz nett für die, die durchkommen, aber ich möchte dann eigentlich hier eine Verteidigung aufbauen. Und dafür sorgen, dass die Mobs hier recht lange brauchen, indem ich sage, die, die uns spawnen, müssen hier entlang, hier hoch und müssen dann hier entlang. Und dann, zack, zack, hier, ich überlege gerade hier, die sollen außenrum am besten, sollen die hier entlang gehen, die gehen hier hoch. Dann, ich überlege gerade, wie machen wir das am besten, die sollen hier unten her. Dann sagen wir, die sollen hier unten her und müssen dann aber nochmal einfach just von hier hoch, um dann wieder runter zu kommen. Hier können wir nachher auch noch zwei hinbauen, damit die hier nochmal richtig runter kommen, aber ich möchte auch ein bisschen Mana sparen, denn jede Mauer kostet immerhin 54 Mana zur Zeit. Ist jetzt nicht unbedingt die Mineral Mana, die wir haben. Die erste Wave hat 21 Reaver mit 24,18 Schaden. Ich würde trotzdem auf den Level 2 Jam gehen und dann mit einem einer nochmal Amplifyen und noch einen anderen daneben setzen. Wir gehen auf Chain Hits. Durch den Amplifier können wir die Chain Hit Länge natürlich enorm verlängern, also was heißt enorm, aber recht schnell verlängern, was einfach den Vorteil hat, dass wir noch mehr Creeps treffen mit einem Schuss und das möchte ich mir wirklich nicht entgehen lassen. Das ist einfach sehr praktisch. Ich upgrade den hier nochmal. Na, okay. Ich upgrade den nicht, ich dachte, ich hätte so langsam mal genug Mana. Der Schaden ist nicht so toll, also machen wir hier ganz schnell das Upgrade drauf, damit der mit drauf schießen kann. Wenn die Creeps jetzt hier vorbeilaufen, ist es nicht schlimm, die kommen jetzt gleich von oben nochmal in die Range rein, können sie gar nicht anders. Dafür haben wir ja gesorgt und bekommen da nochmal ein bisschen Schaden ab. Die kommen schon nicht durch. Jetzt haben wir auch an den ersten Stufe 3 ab. Jetzt sind wir, würde ich sagen, in der Safe, sollen wir verdienen jetzt, denke ich, ganz gut Mana, ohne die ganze Zeit Schmerzen dabei zu bekommen. Ja, ich hatte kurz Angst, dass der eine es überleben würde, aber es hat wunderbar gepasst. Den hier machen wir direkt mal auf Level 4, sobald wir können. Jawohl, ihr seht schon, ich nutze jetzt doch sehr oft das Auto-Upgrade-Feature, da ich eh hauptsächlich mit reinen Gems arbeite und sie nicht kreuze. Ist das auch ganz praktisch, weil ich dann nicht immer so viele Klicks habe und man sieht ja doch ganz gut, wann ich es mache und was ich mache, zumal ich es ja meistens noch ansage. Also passt das schon. Ja, das ist wunderbar. Die gehen hier unten alle schon drauf, die kommen gar nicht erst bis da oben. Ich möchte jetzt aber die Chain-Hit-Länge noch ein bisschen erhöhen. Wir haben hier 1,43. Jetzt auch 1,43. Davon haben wir 0,02. Tatsächlich nur. Die von diesem Amplifier kommen. Aber auch den upgraden wir. Und aus 1,41 bzw. 1,43 wird jetzt 1,45. Das heißt, wir treffen 0,04 Gegner mehr pro Schuss. Ist tatsächlich nicht so viel, wie ich erwartet hatte. Aber auch nicht weiter dramatisch. Wir upgraden den nochmal, mal sehen, wie viele es jetzt sind. Ja, immer noch 0,05. Das ist nicht so fantastisch. Liegt aber einfach auch daran, dass es natürlich nur ein Amplifier ist für 2 Tower. Das ist einfach nicht die Masse, die man bräuchte, um jetzt hier einen Riesen-Boost zu erwarten. Wenn wir jetzt wollen, dass der zig Monster trifft, dann stellen wir natürlich einen Turm auf und packen da mal eben so, ja, unsere 8 oder wie viel auch immer, Türme drumherum. Wir müssten ja, ja doch, theoretisch müssten da 8 drankommen können. Ja. Genau, die müssen sich natürlich berühren. Also nur berührte Tower werden oder auch Fallen eben werden verstärkt. Aber das wussten wir ja schon. Hier kommt das erste Mal außerhalb des Endurance-Modes eine Welle von Giganten, also von Bossen. Und mir fällt gerade auf, ich habe mich noch gar nicht um die Loxen kümmert. Ich bin auch ein Vollidiot. Dafür nutzen wir natürlich auch die Chain-Hits. In der Hoffnung, dass tatsächlich auch dabei Chain-Hits als solche zählen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, sondern dann müssen wir doch ein Chain-Hit haben. Oder? Habe ich falsch geschaut? Ne. Scheint nicht zu klappen. Ich baue hier, zack, 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 Türme drumherum, mache 1, 2, 3. Es gibt die Anzahl der Schüsse, nicht um den Schaden. Natürlich schießt der eine schneller als die anderen, aber 3 Level 1er bedeutet 0,66 mal 3 Schuss pro Sekunde. Der macht 1,08 Schuss. Das heißt, die drei sind zusammen schneller als der eine. Der Bildschirm hat gerade kurz geflackert. Heißt das was? Oder nicht? Manchmal kommen nämlich auch gewisse Ereignisse im Level, die uns etwas bringen. Aber ich glaube, wir sind damit vielleicht einfach nur einen Boss besiegt. Ich weiß das gar nicht. Nein. Das Bosse besiegen eines Bosses gibt, glaube ich, nicht so ein Geräusch, oder? Da! Da ist wieder geflackert. Irgendwas passiert gleich. Oder es deutet einfach nur darauf hin, dass wir dabei sind, das Lock zu knacken, denn das ist jetzt offen. Es ist offen. Wir haben aber noch ein paar vor uns. Ich upgrade hier mal eben, denn die Bosse kommen hier gleich an und das tut sonst sehr weh, wenn die jetzt da durchkommen. Denn die bekommen noch nicht genug Schaden. Die Bosse haben 1200 Leben und bekommen pro Treffer nur um die 100, 150 Schaden. Das heißt, sie brauchen immer noch einige Schuss, die sie abbekommen müssen. Man sieht das hier ganz gut an diesem Boss, den ich jetzt mal kurz anvisiere, damit er schnell stirbt. Wunderbar. Die anderen sind gerade außerhalb der Range, werden aber auch gleich wieder reinkommen. Ich nutze die Zeit nochmal eben kurz. Nein, ich nutze sie nicht für ein Upgrade, denn das ist total. 2200 kostet zur Zeit, einen Wave 5 Gem herzustellen. Und dazu natürlich noch 102 Kombinationskosten, wenn wir den hier einfach in sich upgraden wollen. Wir sind am letzten Lock. Das heißt, das hätte ich sogar in den 20 Waves trotz meines kleinen Fehlers zu Beginn geschafft. Also, alles ganz entspannt. Wir bekommen gleich noch einen Schrein. Das ist natürlich auch nett. So, wir upgraden hier nochmal. Jetzt können wir es uns ja endlich leisten. Jetzt kommen ein paar Schnelle noch mit dazu. Ich hätte nämlich gerade überlegt, jetzt mal ein paar Waves auf einmal zu rufen. Aber die Schnellen, das ist natürlich dann doch recht riskant. Wobei wir 1,69 Chain Hit länger haben. Ja, das ist schon eigentlich ganz nett. Ich upgrade hier mal eben. Dann können wir die nämlich gleich hier miteinander kombinieren und dann da unten hin kombinieren. So können wir hier das Optimale rausholen, denn der Wizard Tower ist jetzt bereits freigeschaltet. So schnell kann es gehen. Ich rufe trotzdem mal die nächsten Wellen rein. Wir haben hier den Shrine of Infection. Den kennen wir auch schon. Das ist der, der wie die anderen auch Schaden zufügt. Ich denke mal, da der weiß geschrieben ist, das 1,35-fach, dass wir es später mit einem Skill auch noch erhöhen können. Auf jeden Fall ist es auch noch so, dass er, weil er der Shrine of Infection ist, einen zusätzlichen Effekt hat. Nämlich, dass alle getroffenen Gegner von diesem Schrein automatisch für eine gewisse Zeit nicht mehr geheilt werden. Aha, wir bekommen gleich Stone Supply. Ein Spark, also wieder ein Effekt, der dann gilt. Und zwar kosten alle Gebäude 20% weniger Mana. Auch nett. Nichts, was wir gerade zwingend brauchen, denn wir haben ja schon die wichtigsten Gebäude. Trotzdem schadet es nicht, das zu haben. Ich kombiniere den hier auch mal mit da rein. Vielleicht ist der Boost jetzt ja doch ganz nett geworden inzwischen. Wir schauen mal. Nein, immer noch 0,05 auf die Chain-Hit-Länge. Finde ich persönlich sehr schade. Klar, wir machen mehr Schaden. Minimum Damage und Maximum Damage wurden erhöht. Aber ich glaube, in einem Turm würde uns dieser Gem doch mehr bringen, weil er selber ja da nochmal eine Chain-Hit-Länge von, ja, wie viel genau, weiß ich gerade gar nicht. Guck mal. Der ist ja auch Stufe 5, also eine 1,53er Chain-Hit-Länge ungefähr hätte. Und so bringt er zwei Typen jeweils 0,05, also quasi 0,1 als Chain-Hit-Länge. Da sind 1,53 Chain-Hit-Länge doch angemessener. Naja, wir werden das im Level auch so überstehen. Ich würde jetzt auch tatsächlich mal ganz, ganz mutig oder dumm, wie man es jetzt nennen möchte, sein. Ich mache den hier. Ich habe ja gesagt, wenn wir mal ganze Langeweile haben, ah, 5 auf einmal, 5 Wellen, gab es auch noch ein Achievement. Es gibt für jeden Käse hier zum Glück Achievements. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen schöner irgendwie. Da blocke ich natürlich. Ich wollte das auch so machen gerade. Das hatte ich ja noch am Anfang angekündigt. Und da die alle hier entlang müssen, würde ich sagen, stellen wir hier noch ein Turm mit auf. Packen da diesen Gem mit rein und upgraden den auch nochmal. Wir haben 5 Türme in einem Level gebaut. Auch das gibt uns netterweise nochmal ein Achievement. Und wir haben es geschafft. Das ist der Tatsache, dass wir so viele Waves auf einmal herbeigerufen haben. 4 Stück, glaube ich, auf einmal haben wir den Level geschafft. Und ein paar neue Sachen haben wir freigeschaltet, denn wir haben ja einen Wizard Tower unlockt. 12.346 XP, 7 Shadow Cores und folgendes. Das Achievement Short Tempered, 5 Waves früh reingerufen, gibt uns einen Skillpunkt. Das Achievement Outpost, wir haben 5 Türme gebaut, gibt uns einen Skillpunkt. Wir haben ein neues Fragment, endlich mal. Reality Level wieder 4, also wir haben nicht das Glück in die 20er reinzugehen. Und trotzdem, wir machen gegen Bosse 3% mehr Schaden. Finde ich persönlich sehr geil. Je höher die Prozentzahl, desto geiler finde ich es natürlich. Aber 3% ist ein Anfang und wir haben ja einige Shadow Cores. Das heißt, wir können vielleicht sogar beide Upgrade Level direkt machen. Und machen dann irgendwie um die 9% Schaden oder 10, ich weiß es gar nicht. Vielleicht auch nur 8. Wir schauen mal. Aber mehr Schaden auf Giants ist schon etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Denn die Giants machen uns sehr das Leben zur Hölle zwischendurch. Da müssen wir echt mal gucken, dass wir mit denen fertig werden. Wir haben zudem freigeschaltet. Manalog, Battle Trade Scroll. Wir können also einen neuen Battle Trade nutzen. Was der genau macht, sehen wir uns dann natürlich nachher an, wenn wir das nächste Mal ein Level starten. Wir haben das neue Hextil H und das Hextil M freigeschaltet. Also neue Sechsecke. Ihr seht schon, so langsam haben wir einfach viele Optionen, welche Battle wir in welcher Reihenfolge machen möchten. Und werden garantiert irgendwann auch an unsere Grenzen stoßen und merken, wir müssen erstmal irgendwo anders noch leveln. Wir bekommen ein Token für das Feld H1, für das Feld M1. Ist ja auch logisch, denn das sind die neuen Hextile. Wenn wir dafür keine Tokens hätten, was würde es uns bringen, die Hextile zu haben? Ein bisschen Story gibt es noch. Und zwar gab es eine Apparition. Ich meine auch so etwas gesehen zu haben. Der Bildschirm hat zwischendurch gewackelt. Und dieses Weiße, was man da in dem Buch sieht, ist eine Apparition, die fliegt manchmal über das Spielfeld. Und was sie bringen, steht hier auch nochmal schön drin in dem Text. Und zwar ist eine Apparition der Geist eines anderen, mit uns quasi befreundeten oder auf unserer Seite stehenden Zauberers, der von den Dämonen geschlachtet wurde letztendlich, also sprich getötet wurde und dadurch verdammt ist, für immer über die Welt zu streifen. Die möchten uns natürlich nichts Böses tun, die sind ja auf unserer Seite letztendlich. Aber sie leiden natürlich, denn sie müssen für immer hier bleiben, obwohl sie tot sind. Das heißt, wir können ihre Misere beenden letztendlich, sie aus ihrem Leid befreien und bekommen dafür von denen noch ein paar Shadow Cores. Die bewegen sich, das heißt, die gehen einmal über die Map und sind dann wieder weg. Wir müssen in der Zeit also Türme in deren Nähe bauen oder Ähnliches machen oder auch Gem Bombs droppen oder irgendwie versuchen, die zu zerstören. Das kann tricky sein, weil manchmal macht man das und dadurch verliert man dann den Kampf, weil man einfach das Mana im falschen Moment für diese Apparitions ausgegeben hat. Aber die geben, wie gesagt, einen netten Shadow Core Boost, den man schon auch nutzen kann. Ich habe ihn leider eben nicht gesehen, der ist mir durchgegangen. Ich habe kurz gesucht, aber ich habe ihn nicht gesehen. Irgendwo muss einer gewesen sein, sonst hätten wir jetzt nicht diese Seite wahrscheinlich bekommen für die Story. Wir gehen zur Karte zurück. Ich trinke nochmal schnell einen Schluck. Mein Hals ist sehr trocken, ich werde auch gleich mal eine Aufnahmepause machen. Hey nochmal Leute, Dankeschön fürs Ansehen des Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und gerne natürlich auch ein Abo, wenn ihr Bock habt. Twitter findet ihr in der Beschreibung und wenn ihr Bock habt, euch die gesamte Playlist von diesem Display anzuschauen, dann klickt einfach aufs Bild, da ist sie verlinkt, da kann gar nicht mehr viel schief gehen. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Euer Jules.